Spannender. Spannender, wertvoller für Sie als Trainer. Ja gut, wie meine Sie das jetzt? Wenn ich Sie fragen würde, würde Sie lieber beim Champions-League-Spiel am Rand stehen oder der Europa League, was würde Sie dann sagen? Naja, ich bin kein Bundesliga-Trainer. Nein, was würde Sie sagen, wenn ich Sie fragen würde, was würde Sie dann sagen? Ich bin genügsam. Ich hätte, glaube ich, schon große Freude, allein ich, wenn ich beim Europa Cup spiele. Super, dass Sie das sagen. Da kann ich Ihnen, sehen Sie, das freut mich, dass Sie das sagen. Mich freut es schon wahnsinnig, dass ich jede Woche am Rand stehen darf, wenn eine Bundesliga-Spiel ist. Sehen Sie, mir geht es gleich wie Ihnen.